Die Tuareg, Tagia, zu dieser Eigenbezeichnung siehe Abschnitt-Etymologie sind ein zu den Berbern zählendes Volk in Afrika, dessen Siedlungsgebiet sich über die Wüste Sahara und den Saal erstreckt. Von den Tuareg werden neben ihrer eigenen Sprache mehrere Verkehrssprachen gesprochen. Von Sahai über Arabisch und Haseinje bis Französisch, ihre Schrift ist das Tifinak. Sie lebten jahrhundertelang nomadisch im Gebiet der heutigen Staaten Mali, Algerien, Niger, Libyen und Burkina Faso und zählen heute. Die Angaben schwanken stark, etwa 1,5 bis 2, nach Eigenangaben bis 3 Millionen Menschen. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts sind viele inzwischen sesshaft geworden. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Aufständen der Tuareg, die sich behindert fühlen ihre Hirten nomadische Lebensweise fortzuführen. Etymologie Das Wort Tuareg leitet sich von dem Wort Taga, dem berberischen Namen für die Provinz Fetzan in Libyen, ab. Damit bezeichnete Tuareg ursprünglich die Bewohner des Fetzan. Taga ist ein berberisches Wort, das mit Rinne oder Kanal im weitesten Sinne auch mit Garten übersetzt werden kann. Lokaler Ansicht zufolge bezeichnet Taga nicht den gesamten Fetzan, sondern lediglich die Region zwischen den Städten Sebra und Ubari und wird arabisch als gutes Land bezeichnet. Gemeint ist damit das fruchtbare Wadi Alhaia, das den gesamten Süden Libyens mit agrarischen Produkten versorgt. Die bis heute weit verbreitete arabische Volksetymologie Kawarik, das von Gott verlassene Volk, dient dazu eine arabische Überlegenheit über die Tuareg auszudrücken. Grund dafür sind die liberalen religiösen Auffassungen der Tuareg, die von Vertretern einer strengen muslimischen Doktrin als verwerflich angesehen werden. Der Name Tuareg hat sich seit der Kolonialzeit im deutschen, frankophonen und angloamerikanischen Sprachraum eingebürgert. Die Tuareg selbst bezeichnen sich nicht mit diesem Namen. Die imische Bezeichnung der Tuareg lautet Imayegain im Niger, Imohak in Algerien und Libyen und Imosche in Mali. Das Geher wird wie das deutsche Rachen R ausgesprochen und die Betonung liegt auf der ersten Silbe. Diese Eigenbezeichnung bezieht sich auf Menschen mit freier Abstammung, die noble Qualitäten besitzen. Damit wird auf den Ehrenkodex der Sahara- und Saalbewohner hingewiesen. Alle drei Begriffe gehen auf dieselbe Wurzel zurück und sind lediglich infolge der Dialekte in Ausformung unterschiedlich. Neben dieser Eigenbezeichnung Imayegain imohak imoschef findet der Name K.E.L. Tamashek die Leute, die Tamashek sprechen, Verwendung. In der Literatur werden die Tuareg als K.E.L. Tagelmust, die Leute des Gesichtsschleiers oder das blaue Volk bezeichnet, da sie mit Indigo gefärbte Kleidung tragen. Beide Begriffe werden von den Tuareg nicht verwendet. Geschichte Die Tuareg sind ein Berbervolk. Sie sollen Nachkommen der altwarberischen Garamanten sein, die um die Zeitenwende in den Regionen des heutigen Südtunesiens und Libyens ein kriegerisches Kamelnomadentum entwickelt hatten. Im 11. Jahrhundert wurden sie von arabischen Beduinen vom Stamm der Banu-Hilal aus dem Fessan vertrieben und sahen sich abgedrängt in die Gebiete der zentralen Sahara, insbesondere des Tassili-Ner-Ea und Ahaga, wo sie seit dieser Zeit leben. Insoweit konnten sie sich einer Arabisierung ihrer Kultur entziehen, gleichwohl übernahmen sie den Islam. Bei dieser Abdrängung vertrieben sie ihrerseits das Wüstenvolk der Tubu in das Tibesti-Gebirge. Nach dem Untergang des Tsonghi-Reichs im Zuge des marokkanischen Eroberungskrieges im 16. Jahrhundert drängen die Tuareg zunehmend auch in die Sahelzone ein und errangen in der Folgezeit unter anderem die Kontrolle über Timbuktu und das Sultanat Herr mit Sitz in Angadez. Die Tuareg mussten immer wieder um das Recht kämpfen, als freies Volk anerkannt zu werden und nach ihrer Tradition leben zu dürfen. Im 19. Jahrhundert leisteten sie der vordringenden Kolonialmacht Frankreich in der Sahara-Zone von Westafrika lange Zeit heftigen Widerstand. Erst 1917 wurde ein Friedensvertrag geschlossen. Mit dem Ende der französischen Kolonialherrschaft in Westafrika 1960 wurde das Siedlungsgebiet der Tuareg zwischen den nunmehr unabhängigen Staaten, Mali, Niger und Algerien aufgeteilt, wobei kleinere Gruppen der Tuareg zudem in Libyen und Burkina Faso leben. 1990 bis 1995 revoltierten die Tuareg in Mali und Niger aufgrund der Unterdrückung und Ausgrenzung durch die jeweiligen Regierungen. Ein Führer des Tuareg-Aufstandes war Manodayak. Mitte der 1990er Jahre wurden die Aufstände nach der Unterzeichnung von Friedensverträgen beendet. 2007 beschuldigte die neu gegründete Tuareg-Rebellengruppe Bewegung der Nigerer für Gerechtigkeit die Regierung. Den Friedensvertrag nicht einzuhalten. Außerdem fordern sie einen Anteil des Gewinns aus dem Uranabbau nordwestlich von Angadez für die Tuareg. In Folge des Bürgerkriegs in Libyen im Jahr 2011 verschärfte sich die Sicherheitslage im Norden Males, nachdem Tuareg, die auf Seiten Muammar al-Gaddafis kämpften, aus Libyen vertrieben wurden. Die als nationale Bewegung für die Befreiung des Azawada auftretenden bewaffneten Gruppen drängen ab Ende 2011 über Niger nach Mali ein und brachten Gebiete im Norden des Landes unter ihre Kontrolle. Ob sie dabei in Verbindung zu Al-Qaida im Maghreb stehen, ist umstritten. Soldaten der malischen Streitkräfte warfen der Regierung von Präsident Amadu Tumani Ture Unfähigkeit bei der Bekämpfung des Aufstandes der Tuareg im Norden des Landes vor und übernahmen durch einen Putsch im März 2012 die Macht. Die MNL nutzte die Situation und eroberte in den Tagen darauf bis Anfang April alle Städte im Gebiet Azawad. Am 6. April rief sie einseitig den unabhängigen Staat Azawada aus. Hauptorte als Nomadenvolk, das bis zur Kolonialzeit in mehrere politische Konföderationen unterteilt war, besitzen die Tuareg keine Hauptstadt. Am ersten kann man Angadez im Niger mit dem Sitz des Sultans von Er als einen zentralen Ort bezeichnen. Für die nördlichen Tuareg spielten die südalgerische Oase Jannet und die südlibysche Oase Gat in früheren Zeiten eine ähnliche Rolle. Der heutige Hauptort des Ahaga-Gebirges, Tham an Rasset, entstand erst nach 1900, als sich der französische Missionar Charles de Foucault in der Gegend niederließ. Erst nach der endgültigen Eroberung des Gebirges durch die französischen Kolonialtruppen wuchs der Ort und wurde zum offiziellen Sitz des Armee Nockal. Der K.E.L. Ahaga – Kultur und Religion Die Kultur der Tuareg wurde von den Afrika-Forschern Heinrich Barth und Henry Duwe Urie erforscht und ausführlich beschrieben. Seit der ersten Wanderungswelle der Umayaden von der Halbinsel nach Nordafrika arabisierte sich der Maghreb und Ägypten. Die Tuareg wurden über die Handelswege zu Muslimen, obwohl sie sich anfangs sehr stark gegen eine Missionierung wehrten. Denn die den Islam wehrbreitenden Araber waren ihre angestammten Feinde. Tuareg sind Muslime der Malik-Heiten-Rechtsschule und gehören diversen Bruderschaften an. An die Regeln des Islams halten sie sich überwiegend streng. Ihren Glauben an gute und böse Geister konnten sie in die muslimische Religion einfügen. Da auch der Islam das Vorhandensein von Geistern im Koran erwähnt, zu ihrer Abwehr sind für sie Amulette in Leder ein gebundene magische Zeichen, unverzichtbar. Die Frauen tragen als Amulett Schmuck die Chumesa, eine abstrahierte Form der Hand der Fatima. Wie in der gesamten Sahelzone ist zeremonielles Teetrinken ein wichtiger Bestandteil der Alltagskultur. Es werden drei unterschiedlich starke Aufgüsse unterschieden. Ein Gast, der drei Gläser ausgetrunken hat, steht unter dem Schutz der Tuareg. Die Tuareg sind nomadische Viehzüchter mit einem komplex abgestuften hierarchischen Sozialmodell. Imayegain, Imohak, Imushe, Imagatiklan, Inaden, Ineslimen Einige Stämme hatten bis zur kolonialen Eroberung die politische und wirtschaftliche Macht inne. Sie stellten den König, den Armee Nockal. Daneben gibt es zugewanderte Stammesgruppen, die in der Literatur mit Begriffen des feudalen Europas beschrieben werden. Die Imagat, sie mussten in vorkolonialer Zeit Abgaben liefern, kooperierten jedoch in politischen Belangen mit den Imayegain, Imohak, Imushe und wurden von ihnen beschützt. Im Klan, Sklaven spielten im traditionellen System eine wesentliche wirtschaftliche Rolle. Sie stellten das Eigentum einer Familie dar, wurden jedoch als fiktive Verwandte integriert. Sklaven konnten freigelassen werden und wurden dann mit unterschiedlichen Termini bezeichnet. Die Handwerker und Schmiede stellen eine eigene soziale Gruppe dar, die als Personen ohne Scham und Anstand gelten, jedoch für die Wirtschaft unentbehrlich waren, da sie Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Waffen, Küchenutensilien und Schmuck herstellten. Der Vollständigkeit halber seien die Inneslimen, die Korangelehrten genannt, obwohl sich der Begriff auf alle Muslime bezieht. Dieses Sozialsystem spielt bis heute eine Rolle und weist den jeweiligen Klassenwert und Moralvorstellungen zu, die für die einzelnen Gruppenmitglieder einzuhalten sind. Die Frau empfängt die Gäste und überwacht die Zubereitung des Tees. Sie entscheidet, wen sie heiratet und sie darf ihren Mann verstoßen. Eine Ehescheidung stellt in dieser Kultur keine Schande dar. Ebenso ist es ihr erlaubt, vor einer Ehe verschiedene Liebhaber gehabt zu haben. Nach einer Scheidung verbleiben die Kinder bei der Frau. Die Söhne der Schwester werden von Männern in der Weitergabe ihrer Besitztümer bevorzugt, da man hier von einer engeren Verbindung ausgeht, als es bei eigenen Söhnen der Fall ist. Man spricht hier von Matrilinearität, womit aber nicht das Matriarchart gemeint ist. Die verlorene oder versunkene Oase Gewass ist in der Tuarekultur ein wichtiges Symbol. Sie steht für die Sehnsucht nach einer vollkommenen, paradiesischen Welt voller Reichtümer und Überfluss. Dieser imaginäre Gegenentwurf zur unbarmherzigen und kargen Wirklichkeit der Wüste dient als eine Art Trost. In der Vorstellung der Tuarek kann nur derjenige diesen legendären Ort finden, der nicht bewusst und gezielt nach ihm sucht. Die Tuarek besitzen mit dem Tifinak ein Schriftsystem, das jedoch nicht der alltäglichen Kommunikation dient. Auch in früheren Zeiten war die Kenntnis des Tifinak auf die Adelsclans beschränkt, wo sie den Kindern von ihren Müttern bzw. den alten Frauen beigebracht wurde. Heute verwenden viele Handwerker die Tifinak-Schrift und gravieren ihre Namen auf selbst hergestellte Schmuckstücke. Artikel Geschichte des Islam bei den Tuarek Wohnen Die umherziehenden Tuarek leben in Zelten. Die Stämme der Sahelzone bauen ihre Mattenzelte aus Palmwedeln. Wenn die Stämme über längere Zeit an einem Ort bleiben, errichten sie Seribas. Diese kleinen Hütten aus Schilf besitzen zwei Eingänge, welche für Durchzug sorgen. Als Windschutz dient eine Stromatte, Assaba genannt, die man vor den Eingang stellt. In der Wüste haben die Tuarek-Lederzelte, die aus 30 bis 40 Schaf- und Ziegenfällen bestehen. Beim Aufbauen der Zelte errichten sie zuerst die Bogenkonstruktion. Danach werden die Möbel platziert und anschließend Dach und Seitenwände darüber geworfen und bespannt. Viele der Tuarek sind in die Städte gezogen. Andere Tuarek haben sich an Wasen eigene Siedlungen aufgebaut und betreiben Ackerbau. Die meisten Tuarek, die in einer Stadt ein neues Leben beginnen wollen, gehen nach Angadiz, eine Stadt im Niger, in der schon viele von ihnen leben. Kleidung Die Kleidung der Nomaden ist geschlechtsspezifisch. Männer tragen eine schwarze, am Saum mit weißen oder gelben Fäden bestickte Hose. Ein langes, bis zu den Knöcheln reichendes Übergewand und den Gesichtsschleier, Tagelmust oder Eschesch, um den Mund zu verdecken, da Körperöffnungen als unrein gelten. Außerdem ist es üblich, dass sich Männer vor Frauen verschleiern. Nach einer anderen Interpretation müssen sich die Männer, die häufig in der Wüste und in den Bergen unterwegs sind, vor den K.E.L.E.R.U. Den Geistern der Toten schützen, die versuchen, auf dem Weg über den Mundbesitz von den Lebenden zu ergreifen. Zur traditionellen Männertracht gehörte, zumindest an hohen Festtagen, auch eine hohe Mütze aus rotem Filz, die als Tukumbut bezeichnet wurde. Das Gesicht der Frauen ist, wie bei den Bärbern, unbedeckt. Sie tragen aber ein Tuch auf dem Kopf, das ihre Würde und ihre Ehre als erwachsene Frau verdeutlicht. Die Kopfbedeckungen der Männer und Frauen haben in erster Linie mit dem Ehrenkodex der Gesellschaft zu tun und verdeutlichen Respekt, Anstand und Reserviertheit. Frauen sind mit einem Wickelrock und einem lose flatternden, aufwendig bestickten Oberteil bekleidet oder tragen ein Wickelgewand. Gleich dem Tagelmust der Männer besitzen Frauen eine Kopfbedeckung, Adeko oder Affa, die ihre Irre und Würde unterstreicht und das Frausein hervorhebt. Die Kopfbedeckung der Tuareg beruht weniger auf muslimischen Normen als auf ihren eigenen Wertvorstellungen. Zudem bietet sie Schutz vor Sonne, Sand und Wind und verringert die Körperaustrocknung. Al-Echu, das indigo-blau gefärbte und per Hand aus vielen Stoffbahnen zusammengenähte Stückstoff, ist das Markenzeichen schlechthin, wurde jedoch erstmals vor knapp 150 Jahren aus Kano ins Gebiet der Tuareg importiert. Jahrelanges Tragen färbt die Gesichtshaut bläulich, daher das Klischee vom blauen Ritter der Wüste. Seit ungefähr einem Jahrhundert sind auch feine Musselinstoffe in weiß oder schwarz in Verwendung, dadurch die zunehmende Verarmung des Al-Echu nicht mehr bezahlbar war. Der Tschitsche ist zwischen 2,5 Meter und 15 Meter lang, je nachdem, ob es sich um einen jungen Mann oder eine respektgebietende ältere Persönlichkeit handelt. Ernährung Verschiedene Getreidesorten, die von den Frauen angebaut oder gesammelt werden und aus denen sie das Brot der Tuareg, Tagela, herstellen, bilden die Grundlage der Ernährung. Im Süden wird vor allem Hirse genutzt, im Norden Weizen, außerdem Gerste. Für die umherziehenden Tuareg ist die Kamelmilch wichtig, ungekocht wird sie mit Wasser zur täglichen Mahlzeit getrunken. In Gedan genannten Holzschalen offen stehen gelassen, vergehrt sie zu Sauermilch oder Dickmilch. Außerdem benötigen sie Ziegen, Kuh und Schafsmilch für Butter und Käse. Wenn die Tuareg auf Wanderschaft sind, gehört die Tagela zum Ernährungsstandard. Fleisch gibt es meist nur bei religiösen und familiären Festen. Die Tuareg verschmähen häufig Eier, Hühner und Fischbeeren. Früchte, Wurzeln und Samen werden von den Frauen und Kindern wie Getreide gesammelt. Der von Arabern eingeführte Grüntee ist den Tuareg fast unentbehrlich geworden. Das Ritual des Teekochens gehört zur Teekultur Nordwestafrikas. Musik und Feste Es gibt mehrere traditionelle Musikstile, zum Beispiel Tende, Imzad und Esele. Tende wird auch Tanz der Kamele genannt. Dabei sitzen die Frauen dicht beisammen und singen. Eine Vorsängerin trommelt auf dem mit Ziegenhaut bespannten Hirsemörser, der Tende genannt wird. Und die Männer umrunden die Frauen auf ihren Kamelen. Imzad ist eine einseitige Fiedel, die vorzugsweise von älteren Frauen gespielt wird. Die dreiseitige Tuareg lautet herhadend ähnelt der vierseitigen Tidenit von Mauretanien. Sie hat sich seit den 1960er Jahren in den Städten am Rand der Wüste ausgebreitet. Esele ist eine Art Wüsten-Disco, bei der junge Frauen die Männer mit rhythmischem Gesang und Hände klatschen zum Tanz auffordern. Gitarrenmusik ist sehr beliebt. Ein Fest ohne Gitarre ist in manchen Regionen undenkbar. Hochzeiten und nationale oder religiöse Jahresfeste haben im Leben der Nomaden eine große Bedeutung. Das größte Fest ist die Hochzeit. Frauen und Männer tragen dabei edelste Kleidung. Dazu gibt es als Musik meist Tende. So heißt auch ein weiteres Fest, bei dem ausschließlich die Musiker-Tende gespielt wird. Daneben gibt es viele regionale Feste. In Djanet in Süd-Algerien wird jedes Jahr vor dem Islamischen Ashura-Tag das zehntägige Sebi-Batanz-Fest veranstaltet. Biangau ist ein ähnliches Neujahrsfest, das in Angadez im nördlichen Niger stattfindet. Kunst und Handwerk Die Touareg schmieden von Waffen bis zu Ohrringen die unterschiedlichsten Gegenstände aus Eisen, Silber und Buntmetallen. Eisen gewinnen sie heutzutage in erster Linie aus Industrieschrott, zum Beispiel Halbachsen von Geländewagen, die sie dann zu Äxten weiterverarbeiten. Für die Herstellung von Gegenständen aus Buntmetall wird meist das Wachs-Ausschmelzverfahren angewandt, bei dem man zunächst ein Modell des gewünschten Objekts aus Wachs anfertigt. Das Modell wird anschließend in kaltem Wasser gehärtet und danach mit feinem Ton umkleidet. Dabei werden mehrere Löcher freigelassen, um später das Wachs ausschmelzen zu können. Nun wird der Ton erhitzt und das Wachs durch die Öffnungen in eine Schüssel mit Wasser zur Wiederverwertung ausgegossen. Das vorgesehene Metall wurde bereits in einem Tontiegel geschmolzen. Wenn das Gussmetall dann heiß genug ist, wird es durch das Wachs-Aussgussloch in die Tonform eingegossen. Diese wird nach der Metallhärtung zerschlagen, anschließend wird der abgekühlte Rohling gefeilt und poliert und ein Muster eingeritzt. Da man beim Gelbguss keine vorgefertigten Gussformen verwendet, fallen schon die unbearbeiteten Objekte sehr unterschiedlich aus. Handel Die Sahara Tuareg könnten ohne diesen Karawanenhandel nicht leben. Er wird nur von den Männern betrieben, sodass die Frauen manchmal monatelang mit den Kindern und wie Herden allein bleiben. Die Handelsunternehmen der Sahara Tuareg beschränken sich auf den Verkauf ihres Wies. Bekannte Tuareg Manu Dayak Nigri-Sher-Politischer Aktivist Unternehmer und Schriftsteller Sanussi Djekau Nigri-Sher-Politiker MDO Umokta Nigri-Sher-Gitarrist Und Singer-Songreiter Abdallah Ageo Umbadukau Nigri-Sher-Musiker Rigi Rafini Nigri-Sher-Politiker Premierminister Nigas Ilgi Lasweiler Nigri-Sher-Abullitionist Maudor Zakara Nigri-Sher-Politiker Ikia Zodi Nigri-Sher-Politiker Maudor Zakara